Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wie viele Männer haben wir verloren? Ich glaube 32. Einschließlich der Besatzung von drei Läufern. Aber zumindest konnte General Kenobi ihre Linien durchbrechen. Es ist der Weg bis zur Hauptstadt frei. Diese Schlacht war verlustreich. Wir brauchen Hilfe, um die Stadt einzunehmen. Haben sich unsere Scouts aus dem Dorf schon gemeldet? Der Feind ist bereits abgezogen, Sir. Das sind nur noch Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder. Macht ein paar Rationen für Sie locker. Sie haben sicher Hunger. Sir, feindliche Schiffe treten in unseren Sektor ein. Schadensbericht. Wir wurden nicht angegriffen, Sir. Sie haben nicht uns bombardiert, sondern das Dorf. Kontaktiert General Wind. Was gibt es, Commander? Die Droiden haben mit einem Bombenangriff begonnen. Sie haben mehrere Dörfer in unserem Sektor zerstört, Sir. Der Rest der Sprinterstaffel soll sich bereit machen. Ja, Sir. Meine Männer sind soweit. Angriff! Teilt euch auf. Wenn ihr etwas findet, gebt mir Bescheid. Was ist hier unten geschehen, Soldat? Tja nur. Irgendwas ist bei uns hier unten. Und es sind sicher keine Seppys. Ach. Trapper, Pons, Hawkeye. Ihr kommt mit mir. Sir, hier gibt es nichts außer Schutt und Geröll. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Das ist unsere Chance. Verschwinden wir. Ohne schweres Geschütz kommen wir hier nicht weiter. Wo ist euer Sternenjäger geblieben? Aus dem Kern des Planeten zu gewinnen, wurden sie nach und nach getötet. Wir haben einen Mörder an Bord des Schiffes und wir hängen dieser Umlaufbahn fest. Das Schiff vom Bug bis zum Heck. Wir durchleuchten jeden Korridor zwischen Boden und Vorratsraum. Ich bleibe beim Admiral. Ihr geht lieber von Bord. Die Geiseln, da müssen wir auch noch mitschleppen. Dieses Extra-Gepäck bringt uns ein ordentliches Sümmchen von den Separatisten ein. Bubba hat recht. Für die Belohnung brauchen wir den Beweis für Windows' Tod. Und sollte es Skywalker erwischt haben, verlangen wir das Doppelte. Wir jagen alles in die Luft, was von dem Schiff noch übrig ist. Das alles musst du nicht tun. Du bist nicht wie sie. Das weiß ich. Ich erkenne einen guten Soldaten, wenn ich einen sehe. Was? Mace Windu, ihr hattet Glück zu entkommen. Die Lage eurer Freunde ist leider weniger glücklich. Wenn ihr euch Bubba nicht stellt, sterben diese Männer. Einer nach dem anderen. Wie ist dein Name? Dein Name! CT411. Erbärmlich. Bubba, los! Bubba! Erbärmlich. Untertitelung anti- und tripelung. Erbärmlich. Der L THR begin. Ah! Könnenเรien für noch alle? Der? Drei.